herzlichen dank ich freue mich sehr und ich bin auch überwältigt über das große interesse und ich denke ich habe ich habe ein totales glück dass ich heute die möglichkeit habe zu einem derart wichtigen publikum auch irgendwie zu sprechen weil ich glaube irgendwie das tatsächlich sozusagen die 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 personen die menschen wie die 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 nächstkommenden generationen ausbilden dass es eigentlich wie die wichtigsten sind wie wenn wir in bezug auf klimapolitik sprechen oder denken weil wie ich irgendwie so im rahmen meines vortrags versuchen werde auch darzulegen ist so die frage wo sind die wie so ein bisschen diese diese schrauben an denen man drehen kann wo kann man wie etwas tun wie damit sich etwas verändert und die klimapolitik ist ja sozusagen nicht unbedingt die klimapolitik die etwas tun kann sondern es gibt ganz viele unterschiedliche akteure akteurinnen die unterschiedliche interessen wir haben und das wird auch im 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 feld klimapolitik irgendwie sehr deutlich und da werde ich heute genau ihnen wie mit ihren darüber sprechen was eigentlich so problematiken sind konflikte sind warum es ihnen bin ich glaube mit den strategien die jetzt sozusagen auch ausgewählt werden und das lösungsstrategien wie von politikerinnen politikern vorgeschlagen werden ich werde jetzt noch versuchen meinen bildschirm zu teilen damit meine präsentation hochgeladen wird ich hoffe dass das alles klappt nach so langer zeit pandemie und online erfahrung funktioniert das auch hier mittlerweile wunderbar vielen dank okay und genau ich danke ihnen auch für die sehr freundliche sehr nette vorstellung meiner person genau ich arbeite am institut für politikwissenschaft und sie haben ja etwas angesprochen was total spannend ist nämlich diese frage also meine persönliche erfahrung sozusagen die im bisher praxis geladen ist aus meiner studierenden zeit mittlerweile an wo ich mich im rahmen meiner meiner die meines diplom studiums damals bereits im sozial ökologischen folgen von oder im zuge von von wiederaufbau nach nach dem tsunami in indonesien beschäftigt habe und da kam ich tatsächlich auf 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 dieses konfliktfeld oder problem fällt des ballmüll anbaus und haben wir tatsächlich gesehen in welchem ausmaß sozusagen dort ökologische desaströse folgen wie dies dieser dieser anbau hatte das heißt diese folgen wie das auch sozusagen sozial ökologischen auswirkungen externalisiert werden in einem anderen teil der welt dafür dass in anderen teilen der welt kekse mit ganz billigen guten öle irgendwie gibt sozusagen konsumiert werden können und da habe ich mich dann extensiv wie mit diesem thema beschäftigt und genau die klimapolitik umwelt ressourcen politik das sind alles bereiche wie die zusammengehören an das hat mich nicht mehr zu sozusagen losgelassen und ich finde es total spannend den wie immer wieder die frage ihm zu stellen was wer hat eigentlich ein interesse an bestehenden verhältnissen sozusagen oder warum bestehen die die derzeitigen verhältnissen weiterhin warum wer kann etwas dazu beitragen warum funktioniert das all das bis jetzt noch nicht und ich beginne jetzt mal damit seit einem jahr bereits sozusagen verfolgen sie jeden tag in welche kurven pandemie genesene mittlerweile tote geimpfte und so weiter und so fort das heißt seit einem jahr beschäftigen wir uns ständig oder werden wir sozusagen ständig von diesen kurven begleitet und eine spannende kurve die wirklich äußerst beunruhigend ist aber sehr sehr wenig mediale erfahrung oder aufmerksamkeit bekommen hat beziehungsweise im von von politischen kreisen sozusagen noch viel kleiner die aufmerksamkeit war und wahrgenommen wurde wurde jetzt im april dieses jahres präsentiert und das ist wirklich alarmierend was sie aufzeigt das was ich ihnen hier zeige ist die so genannte killing kurve und die haben sie vermutlich auch schon irgendwie gehört frau krump kolb war bei ihnen bereits in der im rahmen der klima lectures zu gast und sie hat bestimmt auch davon gesprochen nur warum ich diese kurve zeige weil nämlich wirklich an dieser sozusagen dieser wert der jetzt erreicht wurde zwischen anfang märz und anfang april wurde irgendwie das bemessen und anfang april stiegen wie dieser wert das ist nämlich die co2 werte die in der atmosphäre bemessen werden auf 402 421 ppm das sind die wir anteile sozusagen das co2 im in pro million moleküle in der atmosphäre und dieser wert der wurde eben am dritten april bemessen das ist tatsächlich etwas was was sehr sehr besorgniserregend ist weil wie sie bereits bestimmt schon irgendwie gehört haben es sind jetzt sicher auch personen hier wie die im biologien wie studiert haben geologie studiert haben und sich immer wieder sozusagen auch mit diesen fragen beschäftigt haben aber eben das problem ist dass das co2 das wichtigste treibhaus sozusagen eben zu dem verursachten klimawandel also durch menschen verursachten klimawandel führt und diese werte sozusagen sind ja nicht etwas man könnte das glauben also wenn 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 sie auf diese grafik gehen wir schauen dann sehen sie mit diesem gelben punkt und das sieht ja so aus man könnte glauben an dass das ist vielleicht ein messfälle war oder ich weiß nicht so dass was man in der statistik einen ausreißer nennt nur dem war das leider nicht so und das das verdeutlicht eigentlich auch hier mit die dramatik in dieser entwicklung und selbst wenn in den darauf folgenden tage und monate jetzt diese werte wieder zurückgegangen sind oder zurückgehen werden ist das problem wie an dieses rekordes nämlich so wie bei bei all den früheren rekorden die sind wie bisher gegeben hat dass es eigentlich nur ein vorgeschmack sein dürfte auf das was kommen wird und es ist bereits wie bekannt sozusagen und in zigtausend fachen studien beschrieben worden dass die luft die wir atmen den höchsten co2 wert wie seit vielen millionen jahren hat und auch die erklärung ist bereits bekannt und nichts neues nämlich das was dazu irgendwie bei dazu führt ist sozusagen das was was wir mit dem prozess industrialisierung bezeichnet haben das ist das was diese entwicklung diese 200 jahren ununterbrochen dazu beiträgt dass wir sozusagen noch mehr fossile energie kohle erdöl erdgas alltäglich verbrennen dass wir aber auch morgen gebiete trocken liegen dass wälder abgeholzt werden und um um sozusagen flächen wie frei zu schaffen für den anbau von agrar von landwirtschaftlichen mitteln und das all ist der auslöser sozusagen dieser dieser extrem zunehmenden co2 werte es ist auch längst bekannt welche folgen damit zusammenhängen auch das wurde zigtausendfach in unterschiedlichen studien beschrieben und es sozusagen es gibt dem wie viele viele bilder die uns an in verbindung also die uns sozusagen am die wir in verbindung bringen wie mit der klimakrise ob das nun wie eisbären sind auf auf eisschollen die umhertreiben weil weil eben das antarktik als oder das polareis irgendwie in einem bisher noch nie dagewesen im ausmaß schmilzt oder eben die meeresoberflächen die die permanent steigen oder eben erdrutsche überschwemmungen düren etc diese liste sozusagen diese bilder die könnte ich irgendwie eigentlich mittlerweile schon an endlos anführen was ja auch sozusagen auch diese extrem werte und extrem wetter ereignisse das ist auch etwas was in den vergangenen jahren ja auch in einer in einem starken ausmaß wie zugenommen haben an waldbrände die höchsten sozusagen immer wieder die höchsten die höchsten die höchsten tageshitzen die höchsten temperaturen die im februar gemessen werden und 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 das wird eigentlich beinahe von jahr zu jahr wieder übertroffen was ich im heute im rahmen meines vortrages machen möchte ich habe schon einiges erwähnt aber ich werde ihnen jetzt sozusagen am zu beginnen wie einen einen kurzen überblick über die geschichte der klimapolitik geben geben und dann darüber sprechen eben welche interessen sozusagen und widersprüchen in der aktuellen klimapolitik sichtbar werden und da finde ich es spannend sozusagen ein bisschen darauf zu schauen okay wo stehen wir jetzt eigentlich und was was sind die wieso bearbeitungsstrategien oder lösungsstrategien die sich die internationalen stattengemeinschaften sozusagen als notwendigkeiten irgendwie festgelegt haben und was gibt es sonst an alternativen also weil so wie wir das heutzutage wie bislang sehen funktioniert irgendwie vieles nicht und was wird sozusagen was was kann uns auch eine gewisse hoffnung geben wie wie die klimakrise zu bewältigen wäre und da möchte ich eben dann am ende ein bisschen wie von der klimabewegung wie sprechen die in den vergangenen zwei jahren wieder sozusagen ganz stark erstarkt ist und dann aber auch am schluss sind wie noch ein bisschen darüber hinausgehen und über über mögliche alternativen und perspektiven und strategien wie zu sprechen bevor wir darauf schauen sozusagen auf diese prozesse die wo versucht wird dem wie seit vielen jahren unter der internationalen staatengemeinschaft gegen diese drohenden folgen wie an des klimawandels vorzugehen durch eben aufgrund dem wie des des wirtschaftlichen tuns eigentlich möchte ich einen kurzen blick hin wie noch in die vergangenheit schauen das spannende ist nämlich dass ihm wie diese diese geschichte der des klimawandels ja sozusagen schon wirklich sehr lange bekannt ist und bereits im 1824 wurden auch wenn in anderen worte als wir das heute beschreiben würden aber das treibhauseffekt wurde schon damals bereits von joseph 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 entdeckt es dauerte viele jahrzehnte bis dann wieder john tyndall das war ein irischer physiker der hatte dann irgendwie nochmals konkret identifiziert welche gase in der atmosphäre dafür zuständig sind dass es irgendwie zu dieser co2 erwärmung bekommt in der atmosphäre und nochmals in etwa fast gleich lang dauerte es bis der schwedische spätere chemiennobelpreisträger ich sehe jetzt ganz kurz weil ich sehe meine ganzen folie nicht an svante arenius bis der das erste mal sozusagen es so nachgewiesen hat dass die globale erwärmung aufgrund der menschlichen co2 emissionen die in der atmosphäre gelassen werden ausgelassen werden sozusagen begründet sind nun von da an dauert es nochmals ganz viele jahrzehnte obwohl endlich in den 70er jahren schon bereits alle fakten bekannt waren also wissenschaftlich nach nach naturwissenschaftlich geltenden kriterien und methoden der modernen naturwissenschaften war bereits alles klar doch es dauerte noch eine ziemlich ziemlich weile bis wir dann eigentlich bei diesem pariser klima abkommen anlangten das 2015 beschlossen wurde ich möchte das nicht sehr lange machen aber ganz kurz weil es doch irgendwie spannend ist irgendwie wie lange das auch gedauert hat wie sich die internationale klimapolitik konstituiert hat nach dem zweiten weltkrieg bis in den späten sechziger jahren gab es eigentlich keine umweltpolitik oder keinen abgetrennten politikbereich also schon kann ich klimapolitik aber auch nicht umweltpolitik sondern in diesem zeit war eigentlich alles was mit ressourcenpolitik und umweltpolitik zu tun hatte nachher nach dem heutigen verständnis war eigentlich kann stark irgendwie geprägt durch das interesse und durch den zugriff sozusagen des ländern des globalen nordens auf die ressourcen absicherung in ländern des globalen südens und zwar sozusagen unter dem unter dem aspekt des ost west konfliktes der zu dieser zeit die mir noch herrschte erste umwelt endgios entstanden auch in diesem zeitrahmen allerdings nur auf eine nationalstaatliche ebene in den 70er jahren veränderte sich die situation nämlich auch aufgrund dessen dass es erstmals wissenschaftliche beschreibungen gab der ökologischen krise wie beispielsweise den bericht des club of roms der 1972 veröffentlicht wurde und über 140 sprachen übersetzt wurde unter dem titel grenzen des wachstums und eine anzahl an wissenschaftler ihnen haben in diesem bericht das erste mal irgendwie sozusagen berechnet was das bedeuten würde an für für die umwelt für den planeten wenn ihm wieder ressourcen zunahme weiterhin gleichen ausmaße wie bis dorthin sozusagen der ressourcenverbrauch wie zunehmen würde und das hat ihm wie auch in der öffentlichkeit sozusagen zu einem wachrütteln irgendwie geführt auch auf politischer ebene und es folgte das erste mal 1972 die un-konferenz über menschliche entwicklung in stockholm wo dann auch das un-umweltprogramm der vereinten nationen gegründet wurde eine weile dort ist es dann wieder in dieser zeit wie gab es auf nationalstaatliche ebene sozusagen nochmals irgendwie so eine starken von umweltbewusstsein mit atomkraft bewegung beispielsweise oder es war neben der saure regen war irgendwie so ein so eine debatte irgendwie die sozusagen auch menschen mobilisiert hat irgendwie sich für umweltpolitische aspekte irgendwie zu interessieren und eben sozusagen auch zu organisieren und erst 1992 wurde dann die klima rahmen konvention der un gegründet und zwar gleichzeitig mit der konvention über die biologische vielfalt das heißt wir können ihm wie sagen dass zuerst zu beginn der 90er jahren sozusagen all diese wissenschaftlichen erkenntnisse die bereits alarmierend waren und seit den 70er jahren auch öffentlichen wie sozusagen allen staaten politikerinnen wie der welt wie waren bis dorthin hat es gedauert bis tatsächlich mal auf eine institutionelle ebene sozusagen auch etwas passierte und eben die internationale klimapolitik sich institutionalisiert also institutionalisiert wurde das ziel von der klima rahmen konvention war dass an einerseits die treibhausgase eben die zu einer globalen erwärmung führen zu reduzieren damit eben diese globale erwärmung verlangsamt werden kann und andererseits eben die folgen abzumildern es dauerte dann auch wiederum an bis 1994 da wurde dann auf der auf der dritte konferenz weltklimakonferenz das kyoto protokoll unterzeichnet und das interessante ist irgendwie sozusagen was wir hier schon irgendwie sehen können damals im rahmen des kyoto protokolls wurden eher moderate reduktionsziele verfasst ja nichtsdestotrotz und teilweise wurden sie sogar eingehalten also beispielsweise die europäische union hat sich damals hat damals sogar zwölf prozent ihrer reduktionsziele eingehalten obwohl sie nur acht prozent die mit zugesagt hatte ja so sind die müssen ein bisschen zahlenspieler aber man sieht sozusagen damals sozusagen hat man etwas schon getan oder zumindest einige staaten oder staaten eben wie im falle der EU im staatengemeinschaft hat versucht etwas zu tun nichtsdestotrotz in diesem zeitraum kletterten irgendwie wieder weltweite emissionen um fast 50 prozent hinauf es folgte dann irgendwie dieser ernüchternde weltklimakonferenz von kopenhagen nachdem nämlich das kyoto protokoll abgelaufen war hat man versucht irgendwie hier nochmals irgendwie ein ein folgevertrag aufzusetzen und diese konferenz war eigentlich desaströs kann man sagen für die klimapolitik es droht es sozusagen auch das gesamte kartenhaus der klimarahmenkonvention zusammenzubrechen und es es kam auch sozusagen zu einer großen ernüchterung auch irgendwie für die damalige klimabewegung weil eben sozusagen nichts hier erreicht wurde und dementsprechend groß war dann eben auch das bemühen der internationalen klimadiplomatie und auch der internationalen staatengemeinschaft bei der weltklimakonferenz von 2015 in paris hier nochmals irgendwie ein klima abkommen auf die beine zu stellen und tatsächlich stimmten nach nun 20 jahre klimaverhandlungen und nach dem auslaufen sozusagen des kyoto protokolls 195 staaten mit teilweise extrem widersprüchlichen interessen diesem klima abkommen zu das sich eben zum ziel gemacht hat und das kennen bestimmt auch viele von ihnen nichtsdestotrotz möchte ich das kurz in erinnerung rufen dass sozusagen der anstieg der durchschnittlichen temperatur deutlich unter zwei grad celsius gegenüber eben der vorindustriellen zeitalter gehalten werden muss und am allerbesten sogar an dieser temperatur anstieg auf maximum 1,5 grad über dem vorindustriellen niveau zu begrenzen ist gleichzeitig verändert es sich sozusagen mit dem mit dem pariser klima abkommen auch die 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 klimapolitik oder die klimadiplomatie die internationale klima politik dahingehend das nicht mehr wie bis dorthin also im rahmen des kyoto protokolls beispielsweise wurde einfach top down irgendwie wurden da die reduktionsziele vorgegeben man trete das um es ist jetzt ein bottom-up verfahren wo die nationalstaaten sich freiwillig verpflichten ihre klimaziele zu erreichen nichts also das ist ja auch ein mechanismus der sozusagen auch an die nationalstaaten dazu wurde es erleichtert hat für nationalstaaten dass sie eben diesen vertrage unterzeichnen gleichzeitig wurde da festgelegt dass jedes land seine reduktionsziele alle fünf jahre ab 2020 auch verschärfen muss und so kam es sozusagen dazu irgendwie dass eben medial und in politischen kreisen und auch in der internationalen klimadiplomatie wurde irgendwie dieses riese abkommen als ein historischer erfolg gefeiert wenn man aber tatsächlich irgendwie sozusagen nachschaut was was jetzt was das problem eigentlich auch daran ist dann sieht man oder inwieweit irgendwie sozusagen diese versprechen die da die da gemacht werden von nationalstaaten auch eingehalten werden dann wird das ziemlich ernüchternd denn man findet keine sanktionsmechanismen und es ist ja interessant dass man sozusagen sagt gut es wird dann also sozusagen wenn die staaten das nicht nicht ihre ziele einhalten dann wird es eine kritische diskussion darüber geben im öffentlichen rahmen und wir kennen diese diplomatischen paket sozusagen wo man weiß wie das dass das eigentlich nicht also das ist ziemlich viele heiße luft wenn man das irgendwie so ganz banal jetzt irgendwie mal ausdrücken möchte also keine sanktionsmechanismen und gleichzeitig was ja auch ein zeichen ist inwiefern das irgendwie funktioniert beispielsweise es wurde irgendwie festgelegt dass die westlichen industrieländern sich dazu verpflichten weil sie sozusagen auch eine verantwortung haben an diesen historischen historisch gewachsenen oder entstandenen emissionen dass sie sich ja auch verpflichtet an jährlich 100 milliarden us-dollar in einem fond einzuzahlen damit klima anmaßung also anmaßungsmaßnahmen sozusagen für ländern des globalen südens finanziert werden können die eben bereits irgendwie vom klimawandel stark betroffen sind und am ende des jahres im dezember 2020 kamen in einem in einer online konferenz alle staaten regierungschefs zusammen und es war wirklich sehr deprimierend diese zu verfolgen denn sie haben es nicht geschafft irgendwie diese 100 milliarden sozusagen nicht mal beim ersten versprechen das war die erste phase wo sie das einbringen mussten und das scheiterte irgendwie gänzlich und es wurde irgendwie sozusagen nicht mal eben wie diese freuen wie mit den mit den versprochenen mitteln gefüllt nun ich gehe nochmals auf dieses bild zurück weil ich finde es total spannend die wir diese messungen sozusagen von die bei dieser messstationen wie gemacht werden in in hawaii mawana allow die die hat im charles killing 1958 hat dieses institut etabliert und hat begonnen wie dort sehr präzise die klima erwärmung sozusagen den co2 anstieg zu 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 verfolgen und wenn wir uns das jetzt anschauen was wir hier in dieser grafik sehen seit 1958 ist eigentlich dass es immer nur eine richtung geht und zwar geht es endlich immer nach oben und wenn also 1958 beispielsweise das erste mal wo das gemessen wurde lag der wert bei 310 ppm 2013 kam es im mai zum ersten großen rekord wieder wo der wert bei 400 lag und 21 eben also im april war das bereits bei 420 das heißt wir sehen wie ein stetiger also diese kurve geht ihm ständig hinauf und wenn das sozusagen das wachstum es gibt ihm wie diese berechnungen ja wenn das wachstum im gleichen ausmaß jetzt weitergehen würde dann wenn wir 2030 das ist irgendwie bereits in neun jahren das ist gar nicht so lange hin bei einem wert von 450 und dieser wert wird ja bereits von klimawissenschaftlerinnen als einen wert wie bezeichnet wo irreparablen schäden bereits eintreten ja und wenn wir dieses wachstums sozusagen nochmals irgendwie weiter berechnen wie es dann ausschauen würde also 2050 viele von ihnen sind sind eben bestimmt irgendwie noch sehr jung die heute irgendwie auch zuhören also ich habe das irgendwie mir das angeschaut und berechnet mit dem alter von greta thunberg und die wird dann erst 47 sein ja also wenn die 47 jahre alt ist ich bin fast 47 das verging total schnell bis jetzt sozusagen ja dann leben wir in einem klima und wir würden das alle noch erleben in einem klima das eigentlich das ist sozusagen ein höhlischer wert das sind die mir schon temperaturen und da kommt es sind wie zu kipppunkte zu 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 veränderungen irgendwie sozusagen im erdklima die die wir uns jetzt eigentlich noch kann ich den wieso wirklich vorstellen können ja auch wenn wir darüber lesen ich weiß nicht wie es ihnen geht aber für mich wir sind 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 sozusagen ist es irgendwie auch wirklich im schwer irgendwie greifbar wie wie sich das irgendwie verändern würde die problematik die wir auch hier noch sehen um nochmals auf dieses dieses diese grafik irgendwie zu kommen ist dass wir hier ein wachstums des wachstums im wie sehen ja und das was 1960 sozusagen im im jährlichen zuwachs an der co2 emissionen bei knapp unter 1 ppm lag ist heute mittlerweile bei 2,5 ja das ist das ist wirklich in diesem kurzen zeitraum enorm hoch nun so zu sagen dass das bildet die mir eigentlich auch ganz gut ab hin wie ich habe das sind wie sozusagen als spiegelbild eines eines unvermögens auf die auf die klimakrise zu reagieren genannt denn eben in den siebziger jahren waren bereits alle wissenschaftlichen fakten wie dazu bekannt ja und die industrieländern und ich finde das trifft wie vor allem eben die industrieländern weil sie eben für einen großteil der historischen emissionen irgendwie zuständig sind und auch heutzutage noch enorm viele emissionen verursachen und gleichzeitig sozusagen haben sie auch nochmals dieses verständnis von wolstand und und freiheit auch in ländern des globalen südens irgendwie übertragen und das ist sozusagen das hegemoniale verständnis was eigentlich es bedeutet irgendwie im wolstand zu leben und frei zu sein also kann stark auf bestimmten lebensweisen die eben enorm ressourcenintensiv sind passieren nun was 2015 passiert ist die die internationalen staatengemeinschaft also haben die all die jenen die das pariser klimaabkommen unterzeichnet haben die haben endlich versprochen dass es bestimmt irgendwie nicht so weit kommt dass wir 2030 oder 50 irgendwie in diesen problematischen oder diese problematischen werte irgendwie dann erleben und jetzt können wir uns dann anschauen wie sozusagen jetzt der klimapolitische kurs irgendwie ausschaut denn die welt irgendwie seit 2015 eingeschlagen hat das sieht leider auch nicht besonders gut aus wenn wir diesen emission gap reporting wie anschauen das der wurde 2020 von juni veröffentlicht und die haben sich da angeschaut all die klimaziele die die staaten zu diesem zeitpunkt getroffen haben um eben die globale erwärmung einzudämen und haben das sind wir in grad irgendwie berechnet und wenn all diese nationalen verpflichtungen umgesetzt werden würden dann wären wir bei einer klima erwärmung von 2,4 grad celsius und das ziel eben von paris mit 1,5 grad 1,5 grad erwärmung zu beschränken würde bedeuten dass die emissionen jährlich und das eben jedes jahr um 7,6 prozent im vergleich zum corona pandemie jahr 2020 sinken müssen und sie wissen ja oder also es gab irgendwie diese diskussion eben wie wie großartig weil die welt kam irgendwie zum stillstand im korona jahr 2020 und das hat auch dazu geführt dass in china plötzlich der blaue himmel wieder zu sehen war dass die vögel am schweden platz hörbar waren also es gab es so ganz viel am euphorische stimmung irgendwie dass das jetzt sozusagen auch dass die coronapandemie auch in klimapolitischer hinsicht irgendwie ein game changer irgendwie werden könnte darüber lässt sich wirklich streiten weil wenn wir und ob das ob das irgendwie noch so ob wir das nehmen wir ein jahr später noch irgendwie so betrachten können weil er hat es jetzt irgendwie so ein bisschen den anschein als würden wir oder was heißt denn wir aber sozusagen als würde man darauf warten dass es endlich wieder losgeht dass die wirtschaft wieder angekurbelt wird dass wir alle genug konsumieren dass wir wieder unsere urlaube irgendwie absolvieren können et cetera et cetera das heißt ob ob eben die emissionen nicht irgendwie nach dieser erzwungene pause ob die irgendwie tatsächlich irgendwie so gesenkt werden können zweifle ich irgendwie wirklich stark an was aber nicht sichtbar ist und was ich auch in sozusagen auch in den in diesen berechnungen die ich ihnen zuvor gezeigt habe ja es gibt immer diese globale perspektive darauf wie die co2 emissionen auf einer globalen auf der globalen ebene aussehen und da mit dieser beschreibung auch mit der beschreibung die so gängig ist dass die planetarischen grenzen sozusagen erreicht werden dass wir jetzt eben in diesem anthropozän zeitalter gekommen sind das sind alles beschreibungen die eines ausblenden aus meiner sicht nämlich sie blenden eines sie blenden das aus dass nicht alle es gibt nicht dieses wir es haben nicht alle menschen sozusagen den gleichen ökologischen fußabdruck oder wenn ich irgendwie davon spreche dass wir kaum erwarten können den urlaub zu fliegen nein es gibt ganz viele menschen auf dieser welt die können nicht die werden nicht im urlaub fliegen und die wären auch nicht mit dem suv irgendwo hinfahren und 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 also es gibt ihnen wie eine wahnsinnige ungleichheit in der emissions verteilung einerseits in der emission verursachung sozusagen und andererseits sind wie genauso in der verteilung wie der 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 klimaschäden mittlerweile ja also die auswirkungen sind ganz anders spürbar beispielsweise das oft zitierte beispiel bangladesh oder ob das nun in in holland irgendwie sozusagen der meeresspiegel steigt und man die möglichkeit hat dort durch weil weil die ökonomischen mittel da sind dass man durch teiche oder eben durch tolle häuser die auf hydraulik flächen gebaut werden dass man sozusagen mit diesen folgen der klimaerwärmung irgendwie umgeht oder klimaerhitzung und das was ich ihnen hier zeige ist eine grafik die wurde letztes jahr veröffentlicht von in einem bericht von oxfam und ich finde es total spannend weil hier wird sozusagen aufgezeigt wer wie viel wie also sozusagen in diesen in diesen einkommens kategorien gedacht welche einkommensschichten welchen anteil haben an den emissions an den emissionen in wie weltweit und sie können sehen wie dass die ärmsten 50 prozent der welt bloß in diesem zeitraum 1990 bis 2015 eben bis zum pariser abkommen bloß sieben prozent der emissionen verursacht haben und das geht sozusagen weiter so na auch diese mittlere schicht irgendwie ist hat nur 51 prozent die mit dazu beigetragen und die reichen irgendwie sozusagen kommen irgendwie auf 52 prozent das heißt man darf das nicht aus dem blick irgendwie lassen und vergessen dass wenn wir von klimakrise sprechen von von genau das mit der klimakrise kann stark wie ungleichheiten verbunden sind ja und wenn wir über klima sprechen dann müssen wir eigentlich auch immer diese perspektive irgendwie von klimagerechtigkeit mit bedenken gut es gibt als es gibt irgendwie sozusagen dann also sozusagen im zuge dann der ausarbeitung der weiteren ausarbeitung dieses pariser klima abkommens an wurden jetzt unterschiedliche strategien vorgestellt sehr sehr prominent letztes jahr eben auch an ursula von der leyen sehen sie hier auf diesem bild die hat dann an das ehrgeizige projekt irgendwie oder konzept irgendwie von klimaneutralität in der eu bis 2050 zu erreichen präsentiert und es gibt irgendwie tatsächlich ganz viele sehr ehrgeizige nationale ziele weltweit wie die emissionen reduziert werden sollten und das wird hier diskutiert an unter netto null emissionen um im klimaneutralität zu erreichen und 2020 war wirklich das jahr wo beinahe jede woche ein land oder eben eine bank oder ein ein fossiler energie ein fossiles energieunternehmen oder entdeck gigant oder eben ein ölkonzern alle haben versprochen und haben versprochen versprechen abgegeben in den kommenden jahren und jahrzehnten netto nullemissionen zu erreichen und sogar im länder wie die bis dahin wie nicht sehr viel im klima im klimaschutz investiert haben haben wir versprochen wie klimaneutralität zu erreichen das ist wie selbst china die 20 60 und wie klimaneutral werden möchte oder eben die eu habe ich schon erwähnt aber auch die usa die nun mit dem mit mit der wahl des us-präsidenten john biden ja auch sozusagen er hat ja auch den kampf irgendwie gegen die klimakrise zum oder mitten ins zentrum seiner politik gestellt und möchte auch irgendwie die klimaneutralität für die usa bis 20 50 erreichen sogar russland russland und indien haben ihm wie lange auf sich warten lassen aber sogar diese haben ihm wie erklärt russland mit eine etwas längere vorlaufzeit aber bis 20 70 klimaneutral zu werden neben all diesen staaten waren das eben auch unternehmen ich habe das kurz angesprochen sehr sehr ehrgeizig beispielsweise microsoft hat sich inszeniert sehr medien wirksam zu einem der klimavorreiter und hat verkündet dass sie nicht nur netto nullemissionen erreichen werden sondern dass und das finde ich sehr sehr spannend dass sie sogar den gesamten kohlenstoff den sie seit der gründung des unternehmen 1975 ausgestoßen haben mit hilfe von negativen emissionstechnologien entfernen möchten und das ist wahnsinnig spannend denn all diese berechnungen die wir bis jetzt dem wie sozusagen jetzt gehört haben ja und auch in den vergangenen monaten so wahrgenommen haben und eben diese netto null emissionsziele die basieren zumeist auch darauf dass nicht sozusagen nur fossile energieträger eingespart werden und keine emissionen mehr emittiert werden sondern auch gleichzeitig das co2 aus der atmosphäre aktiv entfernt wird und dazu wurden irgendwie unterschiedliche technologien entwickelt leider sind sie noch wirklich oder was heißt leider sie sind noch tatsächlich unerprobt und existieren nur in einem probestadium wenn man das so will das heißt man setzt die bereits auf diese energien ohne zu wissen ob sie tatsächlich in diesem ausmaß also auf einen großmaßstäblichen einsatz sozusagen überhaupt verwendet werden können und das was ich im bild hier mit zum beispiel sehen das sind an solche direct air capture anlagen das sind riesengroße turbinen die dazu da sind mit und also mit viel energieaufwand derzeit noch luft zu speichern und als sozusagen co2 aus der luft zu entziehen und an dieses co2 es gibt irgendwie unterschiedliche projekte was damit gemacht wird es gibt tatsächlich auch projekte die sozusagen das aus der atmosphäre gezogen gezogen also entzogene co2 wieder zu kraftstoffe verarbeiten was ja total am also absurd ist dass man sozusagen fossile energieträger verbrennt die dann in co2 man stößt co2 in die atmosphäre dann sieht man das wieder zurück und produziert wieder kraftstoffe andere projekte die wir auch in europa irgendwie mittlerweile in testphasen sehen können sie in solche die unter carbon capture storage besprochen werden wo beispielsweise dass er oft zum einsatz kommt oder kommen sollte dass bioenergie verbrennt wird um eben sozusagen energie zu also biomasse verbrennt wird um energie zu erzeugen und das dabei entstandene co2 wird absorbiert und dann unterirdisch gelagert oder eben in ozeane in meere gelagert nun all diese technologien also microsoft möchte es ganz klein wie mit negativen emissionstechnologien wie machen und so eben all den kohlenstoff denn sie berechnet haben das denn sie bisher produziert haben sozusagen aus der atmosphäre entziehen nun auch die fossilindustrie also fossile energieunternehmen auch die verpflichten sich eben zu netto nullziele und gleichzeitig wie sind das diese unternehmen die auch massive investitionen tätigen in eben diesen anlagen in der entwicklung von diesen technologien zur abscheidung und speicherung von kohlenstoff und es gibt sozusagen auch irgendwie die die vermutung dass das als eine oder sozusagen nicht nur die vermutung sondern auch irgendwie als eine eine mögliche als ein künftiges mögliches geschäftsfeld von diesen unternehmen als solches genannt wird welche realen klimapolitischen maßnahmen all dieser flut an netto null zusagen sozusagen folgen werden bleibt irgendwie tatsächlich abzuwarten wenn wir ein bisschen so in die in die vergangenheit schauen dann lässt sich sozusagen eine ein charakteristikum wie festmachen nämlich dass die internationale klimapolitik bislang ja immer sozusagen von einer diskrepanz gekennzeichnet war zwischen den zielen und und deren umsetzung und es gibt auch tatsächlich starke gegenkräfte die den klimapolitischen bestrebungen entgegen wirken und das darf man nicht sozusagen an dieser bedeutung darf man nicht außer acht lassen und zwar sind das emissionsintensive wirtschaftsprozesse sozusagen und und damit verbundene interessen von unternehmen die eben dagegen steuern und oder eben auch emissionsintensive konsum muss dann die weit verbreitet sind und wie wirkmächtig auch die wirkmächtig auch die interessen von diesen unternehmen sind und von beispielsweise vom fossilen industrie sektor kann man kann man auch immer ein bisschen beachten wie beobachten wenn wir uns jetzt irgendwie denn eben den european green deal ansehen denn die eu jetzt veröffentlicht hat es ist irgendwie tatsächlich wie ein paradebeispiel dafür an einerseits ist es so ganz klar es ist irgendwie an es gibt irgendwie dieses ziel und diese strategie und das geht um eine grüne wachstumsstrategie es geht darum irgendwie dass die eu-wirtschaft klimaneutral gemacht werden sollte und es sollte der ressourcenverbrauch von wirtschaftswachstum entkoppelt werden es werden in dieser strategie eine ganze bandbreite an bereiche abgedeckt es ist klima und energiepolitik natürlich aber auch der verkehrsbereich landwirtschaft ernährung biodiversität und auch die industriepolitik bis hin zu fertigung und bauwesen nun was aber nicht vorgesehen ist ist ein vollständiger ausstieg aus fossilen energien und hier hinkt ihm wie diese strategie denn im gegenteil sogar setzt die eu sogar darauf dass fossiler gas noch gefördert wird und zwar wird das sozusagen als die gewisse brücke gefördert eben bis zu dem zeitpunkt wo dann eben wie eine völlige dekarbonisierung der eu-wirtschaft die möglich sein wird nun das problem daran ist dass dass es erhebliche investitionen geben sollte also diese die geplant sind in den neuen erdgas infrastrukturen und diese erdgas infrastrukturen bedeuten ja auch gleichzeitig dass sozusagen diese abhängigkeit vom erdgas einerseits irgendwie gefördert wird aber andererseits auch natürlich dass diese infrastruktur dass er auch irgendwie diese nutzung vom erdgas für viele jahrzehnte weiter fest schreibt und sozusagen wenn man irgendwie diese ziele irgendwie im kopf hat und wenn man weiß wie schnell man eigentlich aus aus den fossilen energieträgern aussteigen muss dann kann es eigentlich also ist es sehr schwierig wenn wenn eben eher jetzt in neuen infrastrukturen investiert wird anstatt dass man versucht wie bekannt schnell sozusagen diese investitionen in erneuerbaren energien zu leiten und hier sind ganz einfach sozusagen in interessen von fossilen energieunternehmen die dahinter stehen und die sich einfach eben auch durchsetzen konnten auf eu ebene im rahmen der formulierung dieser projekte ein anderes beispiel dafür sind die subventionen es gibt eine sehr interessante aktuelle studie dazu die kann es detailliert aufzeichnet welche direkte und indirekte an subventionen das heißt öffentliche gelder die eben von eu regierungen in fossilen industrie sektoren wie fließen und es wurde berechnet dass es mindestens 137 milliarden euro jährlich sind untersprechen wir eben von steuervergünstigungen für kerosin oder diesel oder eben vom dienstwagen privilegt privilegt das in deutschland weit verbreitet ist aber auch von einem mehrwertsteuer befreiung für flugtickets und da gibt es noch viele andere maßnahmen sozusagen die eben diese fossilen energieunternehmen nach wie vor direkt oder indirekt subventionieren betrachten wir wie die nationalen energie und klimapläne die irgendwie auch sozusagen wo die eu irgendwie die nationalstaaten auch dazu verpflichtet hat dass jedes land dem wie seinen eigenen plan irgendwie entwickeln muss dann findet sich auch wirklich sehr wenig sehr wenige angaben darüber wie auf welche art und in welchem umfang diese fossilen subventionen abgeschafft werden müssen das gilt natürlich auch für österreich auch wenn das ministerium jetzt sozusagen von der grünen partei geführt wird was ich sozusagen trotz und dieser rhetorik des green new deals ist ja auch am zum teil wie sehr progressiv ja was ich trotzdem irgendwie feststellen lässt ist dass sozusagen dass diese rhetorik nicht unbedingt das potenzial hat den status quo grundlegend infrage zu stellen und das sieht man zum beispiel an das weiterhin eben wirtschaftswachstum gefördert wird auch wenn man davon ausgeht oder sozusagen diese entkopplung vom ressourcenverbrauch da festlegen möchte nur an eine absolute entkopplung des ressourcenverbrauchs ist auch äußerst schwierig an viele kritische wissenschaftlerinnen die sich das sozusagen ganz stark damit beschäftigen auch mit kreislaufwirtschaft und mit den unterschiedlichen konzepten die da von der eu sozusagen präsentiert wurden dass es eher ein ökomodernistisches druckbild sei denn es ist irgendwie sozusagen zu erwarten dass diese grüne wachstumsschub denn es geben wird er die nachfrage nach nach ressourcen sozusagen auch stark verlängern wird in ländern des globalen südens und nicht irgendwie sozusagen zu gänze einstellen kann wir können jetzt denken wenn all diese neuen technologien wie allein die technologien die für die elektrifizierung der autofloten notwendig sind lithium et cetera et cetera seltene erden die liste ist unendlich lang es gibt ganz viele ressourcen die sozusagen nach wie vor benötigt werden um eben wie auch diesen umstieg wie sozusagen zu durchführen zu können ein weiteres beispiel wäre zum beispiel an die wirklich sehr ambitionierte biodiversitätsstrategie die auch immer green in european green die festgelegt wurde wenn man sich aber tatsächlich anschaut wie jetzt vor nicht allzu langer zeit die eu agrarpolitik in in portugal verhandelt wurde und auch welche position da österreich einnimmt dann weiß man dass dass es sozusagen nicht realistisch ist wie dass diese biodiversitätsstrategie mit dem ambitionierten ziel das festgelegt wurde irgendwie realisiert werden kann und diese liste ließe sich auch noch irgendwie weiter irgendwie ausführen wenn wir auf den binnenmarkt irgendwie schauen oder aber was ich total wichtig finde ist nämlich dass ein ein wesentlicher punkt wie der den green deal kennzeichnet ist dass nach wie vor marktbasierte mechanismen in der klimapolitik festgelegt werden und diese sollten sogar ausgedänt werden und das verhindert ja tatsächlich eine eine vollständige dekarbonisierung und erlaubt den wir auch gleichzeitig eben wie das eben diese emissionsreduktionen die sozusagen nicht eingehalten werden dass man diese kompensiert und ein sehr prominentes beispiel wie dafür ist der eu emissionshandel und hier sieht man wie sozusagen seit vielen jahrzehnten seitdem der eingeführt wurde fossile und andere emissionsintensive industrien wie beispielsweise zementindustrie stahlindustrie etc wie all diese lobby firmen sozusagen die für die in diesen industrie sektoren arbeiten erfolgreich auch die eu klima und energiepolitik beeinflussen und auch gleichzeitig verwässern und es gab mittlerweile viele reformen im bereich wie des emissionshandels und dennoch haben sozusagen diese industrien ja immer wieder schlupflöcher in den konstruktionen des emissionshandels eingebaut oder es geschafft wie dass sie eingebaut werden sozusagen und dadurch irgendwie hat man immer verhindert dass tatsächlich ein signifikanter rückgang des treibhausgasausstoßes durchgeführt oder umgesetzt werden kann nichtsdestotrotz an dieser emissionshandelssystem wird nach wie vor stark gefördert auch im european green deal und eben er sollte es sogar noch an künftig auf die bereiche straßen und seeverkehr an ausgedänt werden und genau das problem ist eben wie schon gesagt wird das eben dadurch hin wie an diese 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 dekarbonisierung ja tatsächlich verhindert wird nun was ich irgendwie so erzählt habe was sozusagen oder was man sieht ist irgendwie sozusagen welche welche unterschiedlichen interessen es in der klimapolitik irgendwie gibt ein wesentlicher bereich den ich jetzt auch kurz angesprochen habe entschuldigung dass meine folie immer springt jetzt habe ich das ist nämlich auch das klimapolitik ja sozusagen nicht immer explizit als klimapolitik in einem abgeschlossenen klimapolitischen bereich verhandelt wird und das sieht man eben wenn wenn man daran denkt an die agrarpolitik wie sehr gut aber man das gilt ja das gleiche auch für handelspolitik oder eben wenn wir uns sehen wie anschauen wie die finanzpolitik gestaltet wird oder eben die energiepolitik das sind sozusagen politik bereiche die eben auch auf die klimapolitik sich auswirken und auch explizit verhandelte klimapolitik sozusagen wird ja auch immer wieder unterlaufen von den anderen politikbereichen beziehungsweise stößt ja eben auch an strukturellen hindernissen wenn wir daran denken wie die abkommen zur liberalisierung des welthandels abgeschlossen werden das macht es sehr deutlich dass hier zum beispiel eben durch diese abkommen ja auch ganz viele emissionen im weltweiten gütertransport möglich werden und steigen werden und da sind wir gegen die ziele die in paris beispielsweise von den staaten abgeschlossen werden dass sie diese ziele unterlaufen genau was dann eben trotzdem wie diesen schwung sind wie das letztes jahr auch gegeben hat und auch im wissens sozusagen man kann ihm wie sagen diese dynamik die jemals seit paris im dezember paris 2015 gekommen ist im bereich der klimapolitik wenn also sozusagen man könnte man kann tatsächlich davon sprechen dass wir nach wie vor oder die erde nach wie vor irgendwie auf eine klimakatastrophe wie zu steuert und dennoch wie sozusagen oder genau weil das sind wir alles so alarmierend ist hat ja die dass das aufkommen der klima der der entschuldigung ich weiß nicht warum das so ist hat dieses aufkommen irgendwie der klima bewegung und das erstarken der klima bewegung seit 2018 auch tatsächlich sozusagen auch hoffnung irgendwie gegeben oder gibt irgendwie hoffnung und mit dem aufkommen von friday's for future oder eben von extinction rebellion hat sich wie gezeigt dass sozusagen ganz viele vor allem die junge menschen aber nicht nur auch etwas sozusagen dass sie sich erwarten und dass es mit dieser dieses moment der mobilisierung auch gibt momentan wo etwas getan werden muss es ist ja auch ein es ist die frage sozusagen und auch wenn das jetzt irgendwie ein bisschen verdrängt verdrängt wurde irgendwie durch diese situation dass es eine pandemie gibt ich glaube dennoch irgendwie und das zeigt sich auch beispielsweise an den letzten klima demo die es in wien gegeben hat dass sozusagen die menschen trotzdem wie nach wie vor mobilisierbar sein werden und dass es irgendwie so auch wirklich wichtig ist irgendwie dass es diese räume irgendwie gibt es gibt irgendwie auch so einen kleinen lichtblick wenn man daran denkt wie was irgendwie so kleinere bewegungen bisher irgendwie geschaffen haben und eine die ich erwähnen möchte ist eben wie diese die westman bewegung da muss man sagen wie dass die es sozusagen auch schaffen dass unternehmen von uns etc investitionen im fossilen brennstoff bereich zunehmend auch als riskant einstufen und diese die westman bewegung beispielsweise hat ja 2020 jetzt dazu gebracht dass universitäten wie zum beispiel oxford cambridge oder eben auch viele religiöse einrichtungen und auch zahlreiche städte ihr kapital aus fossilen unternehmen abziehen und ich habe neulich sogar einen artikel irgendwie von blackrock gelesen das ist irgendwie auch interessant das ist irgendwie der größte weltweit größte investor das sozusagen auch der CEO von blackrock jetzt die unternehmen die in ihrem portfolio sind dazu bewegen möchte dass sie klimaneutral werden und ihnen damit droht dass sie ansonsten sie aus ihren portfolios entfernt werden das zeigt sozusagen deutet darauf hin dass die dass der kapitalismus sozusagen wenn wir das wollen die kapitalistische weltordnung dazu übergehen wird an grün zu werden ob das ausreicht an sozusagen ist 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 die frage also zumindest in diesem ausmaß wie das derzeit wie angedacht ist oder wenn wir eben schauen in wie was tatsächlich irgendwie an taten folgen diesen worten folgen die dekarbonisierung der weltwirtschaft ist tatsächlich auch eine eine ein sehr ambitioniertes ziel und ich also na diese klimaschonenden lösungen ist dann irgendwie die da propagiert werden wie gebäude also der energetische gebäudesanierung energieeffizienz einzuführen der umstieg auf elektromobilität und so weiter und so fort all diese maßnahmen führen ja dazu oder sollen dazu führen dass sozusagen die 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 co2 intensive wirtschaft zu einer grüne ökonomie in eine grüne ökonomie umgewandelt wird die liste dieser lösungsvorschläge an lässt sich tatsächlich mittlerweile auch relativ lange fortführen ob das jetzt wasserstoff ist in industriellen produktionsprozesse eben die von mir vorher erwähnten negative emissionstechnologien die dazu führen sollten dass co2 in der atmosphäre entfernt wird all das sind vorschläge die eben eine technologie basierte ökologische modernisierung entsprechen und darin daran liegt darin liegt ihm wie am letztendlich auch das problem denn meiner meinung nach reicht es eben nicht aus wenn sozusagen nur das bestehende wirtschaftssystem einfach zu einem grünes wirtschaftssystem zu einer co2 freie ökonomie umgewandelt wird wenn wenn es sozusagen wir nicht darauf bestimmte strukturellen hindernisse und probleme wie an lösen dann denke ich nicht in widers die klimakrise damit gelöst werden kann und da wären zum beispiel solche ansätze die dann oft diskutiert werden unter diesem überbegriff einer umfassenden radikalen sozial ökologischen transformation und da geht es beispielsweise auch darum dass es zu einer reorganisation der produktionsweise kommt dass eben lieferketten verkürzt werden dass hier beispielsweise eine selektive deglobalisierung eingeführt wird mit einer gezielten regionalisierung das war jetzt auch im zuge des letzten jahres auch eine immer wieder aufkommende debatte und vor allem braucht es meiner meinung nach eben auch massive wirklich massive öffentliche investitionen in anderen infrastrukturen und hier ist das sind wie total interessant weil ich denke also oft im wieso zu sagen werde ich auch in diskussionen dann immer kommt der punkt auf naja öffentliche hand und so warum das kommt ihm wie ohnehin wie sozusagen es braucht endlich an unternehmen die dann sozusagen investieren und hier irgendwie auch neue die 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 hier auf diesem markt im tätig werden und ich finde dass der punkt ist dass wenn unternehmen beispielsweise also einzelne unternehmen produkte einführen dann sind das eher singuläre öko ökologische effiziente produkte und das sind irgendwie nicht systeme sozusagen also integrierte grüne systeme und ich denke irgendwie dass wir solche integrierte ökologische systeme benötigen es bedarf wie nicht nur elektrifizierte auto also autoflotten von unternehmen oder im elektroauto sondern wir müssen eigentlich umfassende mobilitätssysteme bilden ja die die sozusagen darüber hinausgehen über über die elektroautos oder beispielsweise wenn wir daran denken an stadtplanung dann denke ich im witt oder eben siedlungsstrukturen dann braucht es mehr als ökohäuser beispielsweise die es eben bereits gibt ja es braucht eben solche systeme solche siedlungs- und startplanungsstrukturen die ökologischen wie sozusagen die eine ökologische stadt und und lebensformen irgendwie ermöglichen oder es braucht beispielsweise nicht nur effiziente heizungen oder elektrogeräte sondern es braucht tatsächlich auch effiziente energiesysteme und das gleiche gilt auch wenn wir an biologische lebensmittel denken klar biologische lebensmittel sind wunderbar aber eigentlich brauchen wir agrar systeme die ökologischen nachhaltig sind und es reicht nicht aus wenn es irgendwie biobauern gibt und also all diese punkte sozusagen das ist etwas was nicht irgendwie von von einzelnen unternehmen irgendwie kommen können sondern da braucht es sind wir einfach massiven massiven kapitalien wie von der öffentlichen hand und und sozusagen diese möglichkeit die infrastrukturen aufzubauen und das gleiche gilt im wieso man könnte auch diese liste sozusagen auch fortführen ja wenn wir über mobilitätssysteme nachdenken darüber nachzudenken welche infrastruktur gibt es in europa wie können wir wie können menschen die gewählt sind die nicht mehr zu fliegen beispielsweise wie können sie sich tatsächlich von a nach b irgendwie fortbewegen wenn sie irgendwie längere strecken sozusagen absolvieren müssen als von bregens nach wien oder ähnliches genau dass das ist sozusagen und klar man könnte auch darüber noch nachdenken ein punkt noch vielleicht den wieso zu sagen dass es irgendwie auch modelle gibt den wie die auch wirklich gut durchdacht ziehen von solidarischen ökonomien beispielsweise ja oder eben dass man sozusagen auch arbeitszeit umverteilt also auch gerade jetzt dem wieso in diesen korona pandemie ja hat man irgendwie auch mehr darüber nachgedacht was es eigentlich bedeutet irgendwie zu arbeiten und wo und wie arbeitet man da sind wir sozusagen verbunden dann mit ökologische stadtplanung könnte irgendwie auch tatsächlich viel dazu beitragen wie das dass das sozusagen die klimakrise bewältigt werden könnte einen punkt noch an weil der auch irgendwie sozusagen also sozusagen das habe ich jetzt versucht darzustellen dass eben der karbonisierung wichtig ist und 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 sozusagen notwendig ist aber es braucht irgendwie noch mehr als diese ökologische modernisierungstechnologie basierte ökologische modernisierung ein anderer wesentlicher punkt ist dass die klimakrise ja auch nicht verändert werden kann oder sozusagen nicht zu stopfen die nicht nicht bekämpft werden kann wenn wir einzeln unsere konsumgewohnheiten verändern und dass sie sehen wie deshalb irgendwie so weil einfach schon derartigen strukturellen problemen so tief verankert sind dass das eben diese diese sozusagen dieses konsumverhalten irgendwie zu kurz greift und es menschen fühlen sich sozusagen das sehe ich oft in diskussionen na man will ja auch und ich kenne das von mir selbst die man hat irgendwie sozusagen diesen antrag dass mehr dass man sich so so ermächtigt irgendwie fühlt ja und dass man etwas unternehmen möchte und eben seinen eigenen beitrag irgendwie dazu beitragen möchte irgendwie dass die klimakrise gelöst wird nur eben diese klima also sozusagen dieses konsumverhalten das muss man auch immer im blick haben dass es eben kann stark um strukturen geht und diese strukturen können nur für ein nicht sozusagen durch den durch die veränderung des einzelkonsumsverhaltens verändert werden sondern eben zum beispiel durch politisierung durch mobilisierung durch teilnahme an politischen protestaktionen et cetera und ein beispiel weil sie eben anfangs auch gesagt haben dass ich eben zu palmöl gearbeitet habe ich finde das ist ein wahnsinnig gutes beispiel irgendwie dafür denn sie werden sozusagen also na der anbau von palmöl der haupttreiber von von abholzung in von tropischen wäldern in indonesien in malaysia jetzt zunehmend in in lateinamerika und in afrikanischen ländern und es wird auch wahnsinnig viel co2 freigesetzt dem wie durch die trockenlegung von moorge biete eben die für die palmöl produktion verwendet werden und all das ist einem bewusst oder und es gibt ihm wie so zu sagen dann eben diesen 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 antrag viele menschen wie natürlich nicht der regenbogen regenwäldern abholzen zu wollen damit sie sozusagen für ihre ernährung oder eben dass tiere ihre habitat verlieren dass menschen unter menschen unwürdigen bedienungen arbeiten müssen et cetera nur ist es kaum möglich in österreich ein 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 schoko eine schokoriegel hier mitzufinden oder eine tiefkühlpizza oder ich weiß nicht ein karpfen der nicht palmöl enthält und jetzt ist es aber auch so dass es total schwierig ist für mich als verbraucherin es gibt irgendwie studien klammer auf kurz die zeigen dass in etwa 200 inhaltsstoffe palmöl enthalten sind also inhaltsstoffe die in kosmetik und lebensmittel und kosmetikprodukte waschmittel sich befinden und nur zehn prozent davon haben überhaupt eine kennzeichnung mit dem wort palm das heißt für mich als verbraucherin ist es schier unmöglich also ich bräuchte ein übernatürliches bewusstsein verbraucher bewusstsein um irgendwie zu entdecken wo dieses palmöl ist oder gar ob das jetzt nun nachhaltig zertifiziert wurde das heißt sozusagen nicht ich als verbraucherin bin dafür zuständig zu schauen wie dieses palmöl wie ob da palmöl drin ist und wie dieses palmöl produziert wird sondern da muss ich das unternehmen das ist einsetzt zur verantwortung ziehen und das das ist sozusagen etwas was beispielsweise in diesem beispiel wie möglich wäre indem wir ein lieferketten gesetz hier einführen ja es gab irgendwie vor gar nicht allzu langer zeit wie diese initiative in österreich und auch auf eu ebene das mein lieferketten gesetz einführt wo eben effektive zivilrechtliche klagemöglichkeiten festgelegt werden und so unternehmen zur verantwortung gezogen werden das heißt was ich jetzt auch damit sagen möchte ich es gibt irgendwie nicht an einen einen masterplan oder so etwas wenn man das so viel oder eine einzige gültige strategie und jetzt müssen wir sie nur noch sozusagen umsetzen und dann gibt es irgendwie eine eine wunderbare sozialökologische transformation und eine friedliche welt ja oder eben die klimakrise ist gelöst ich glaube irgendwie dass das alle strategien und auch allianzen zwischen unterschiedlichen bewegungen die miteinander sich verbinden müssten dass das immer kontextabhängig ist und was was aber ein solches oder ein solches handeln oder solche ein solches projekt voraussetzt ist nämlich ein anderes denken und und eben auch anders handeln irgendwie zu wollen und auch irgendwie sich das sich mit anderen menschen auszutauschen und genau deshalb finde ich ist es total wichtig dass es solche räume gibt oder auch eben diese wenn man wenn man bei einer fridays for future demo mit läuft oder sozusagen wenn man sich irgendwo organisiert ja dann gibt es irgendwie diesen raum hier wie wollen solche austauschen wie möglich ist und ich glaube dass sozusagen durch eben diese mobilisierung und politisierung und durch solche vielen kleinen aktionen die man miteinander verbindet dass man da was bewegen kann und ist man noch so als als abschluss irgendwie weil ich zu beginn von dieser kurve eben gesprochen habe ja was was ich glaube was wirklich schlimm ist in bezug auf klimakrise ist dass ganz viele menschen das sieht man jetzt auch geben wenn man von koronas als game changer im klima in der klimapolitik in wie spricht kann es viele menschen begreifen eigentlich nicht dass sozusagen in der klimakrise gibt es ja nicht diesen vergleich wie in den zyklischen krisen der weltwirtschaft oder wo man sagt ja es gibt jetzt sozusagen immer ein also es gibt eine krise eine weltwirtschaftskrise und dann irgendwie oder jetzt in der pandemie geht alles irgendwie runter und dann am ende gibt es wieder erholung und jedenfalls einmal gibt es wieder einen boom und wenn wir das auf die klimakrise irgendwie umdenken und auf diese diese kurve die ich ihnen vorher am anfang meines vortrages gezeigt habe dann gibt es das nicht also nein diesen zeiträumen wo wir über klima sprechen die für uns ja auch relevant sind ja dann gibt es eigentlich immer nur eine lineare ein linearen prozess und der wird auch leider immer schlimmer und deshalb ist es auch wichtig dass eben dieser rekordwert von 421 anteile pro millionen anteile nicht einfach so dass man den ihm wie einfach vorbeiziehen lässt und man sich denkt jemand man löst dann die klimakrise dann morgen wenn irgendwie dann die korona pandemie erledigt ist und so dann widmen wir uns wieder der klimakrise hin da ist ihm ist schon viel zu viel zeit verloren gegangen und genau ich glaube das müssen wir jetzt tun und das können wir nicht dem wir vertagen und genau und das das müssen wir auch gehen wie sozusagen der jungen generation und all den jungen menschen die in den schulen sitzen und so weiter mit geben dass das jetzt das sozusagen ihr leben auch davon abhängt oder die das sozusagen ihr lebensraum irgendwie auch davon abhängt an wie wir irgendwie auch uns denn gestalten und ja damit bin ich auch am ende und ich freue mich auf die diskussion mit ihnen abhängt abhängt abh fret